Keith Merlan, 35, hat die Nase gestrichen voll. Bei der Influencerin und ihrem Mann Jakub Jareki, 26, kommt immer wieder derselbe Streitpunkt auf. Der Fußballer feiert seiner Frau einfach zu ausgiebig. Das bemängelte die Beauty bereits während ihrer Teilnahme bei Temptation Island VIP. Auch nach der Show ist der Profikicker weiterhin gerne ausgegangen, doch nun platzt seine Liebsten erneut der Kragen. Jakub feiert gerade auf Mallorca eine Party nach der anderen, was Cartes fast zum Überlaufen brachte. In seiner Instagram-Story sieht man den Sportler gemeinsam mit Martin Fusi am Feiern. Doch das sind nicht die einzigen Aufnahmen, die sich Keith ansehen dürfte, denn ihr wurden noch weitere Bilder von ihrem Mann zugespielt.